Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Heute mit dabei einmal der Svega und zum anderen der Joma. Guten Tag. Guten Tag. Moin moin. Und wir werden heute unseren Gegnern richtig einheizen, weil wir zu dritt sind. Hm, 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 hm. Mal gucken wie lange wir zu dritt sind. Soll das ein Vorwurf sein? Was? Nein. Nur weil ich in letzter Zeit so oft gestorben bin und so früh bin. Hey, seherische Fähigkeiten von mir. Ah. Das Perk habe ich bei meiner Mannschaft noch nicht freigeschaltet. Ähm. Perfekt abgesprochen. Im Team. Ja. Jeder in eine andere Richtung. Der Svega hat einfach versagt. Hm. Ich komme jetzt zurück heute. Daran üben wir denn noch? Vielleicht. Aber so geht wirklich der gesamte Tag. Total durcheinander. Da raus, starten wir vorbei. Ja, ich bin in die nächste Häuserecke. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Die haben sie nicht mal angekratzt. Boah, die schießen von oben vom Berg runter. Der ging nicht durch. Das ist jetzt mal gucken, zoomen, tatsächlich da. Der ging voll durch ihre Panzerung. Aber da kommen wir nicht ran, ne? Hm, ich... Ab und zu, wenn die... Ja, aus meinem Winkel kommt da nicht hin. Ein bisschen weiter, aber ich kann sie ja nicht beschießen. Sagen wir es mal so. Das muss wehtun. Pass auf, die kommen von hinten bei euch. T67, ich weiß nicht, ob er auf mich schießen kann. Der zieht sich aber zurück. Ja. Also das mit dem Sidescrapping funktioniert wirklich sehr gut, muss ich sagen. Wirkungstreffer. Brauchst du da hinten Hilfe? Anscheinend nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Guck ich mal. Da ist ein voller T67. Ja, ich bin gleich weg. Ne, doch nicht. Pass. Ich bitte mal zu, dass ich hier hinwegkomme. Bevor die vom Berg so runterkomme. Sag Bescheid, wenn wir irgendwie Position ändern sollen. Ja, ich stemme mich mal. Aber weiß ich auch nicht. Der unserer da, was war das, war auch ein T67? Ne, 34, der haut ab. Geht da noch? Ach, der 38A, lebt der noch? Ja, der lebt noch. Ich hab hier T34 Churchill und 38NA in der Gegend noch angezeigt. Ja. Ich weiß es nicht, was wir machen sollen. Soll ich vorfahren? Ich halte ja ein bisschen mehr aus, als du. Kannst du machen, wenn du möchtest. Ich komm dann gleich mit hinterhergefahren. Wo ich denke, die bleiben, um die Ecke stehen. Ich drehe mich dann um und fahre mal zur Einsatz zweier Linie dahin gehen. Siehst du, wo sie fahren? Deswegen fahre ich gerade vor. Dass sie unseren Churchill bedrängen. Ziel erfasst! Börst du wohl endlich! Ups. Oh! Wieder die olle Kette. Jetzt seh' ich nix mehr hier, ey. Scheiße! 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 Jetzt liegt's an unserem Stock. Ehrenrettung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich schau ihm ganz gebannt zu. Ich auch. Ich schau ihm ganz gebannt. Na, wo sind sie denn? Was macht denn eigentlich unser anderer Stuck? Der stuckt sich da hinten ein und zurecht. Der spielt gerade mit dem M7. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Und jetzt wird er zählen. Ja. Jetzt hängt alles von dir ab. Das kriegst du doch hin mit deinen 20 Punkten da, ne? Hm. Locker. Ja. 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 Ja, wo sind sie jetzt? Vor allem die denken das ja auch gerade, ne? Oder im Kreis. Ja, das ist spannend. Geht's dann doch um, wer sieht wen zuerst? Ja. 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 Ja, da hat Joma leider den Druck, weil die können sich zur dritte hängstellen. So. Ne. Tun sie nicht, ne? Ja, zwei suchen dich und einer versucht dich herzulocken. Ah. M7. 71 Lebenspunkt. Und KV1S. Pass gleich beide. Jetzt weißt du übrigens wo der Churchill ist. Mhm. Ja, wo so schnell hin, ne? Ja. Ja. Hm. Kleine Verfolgungsjagd. Mhm. Ja, ich hab sogar einen kaputt gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß. Danke. Bist du wieder mal auf irgendeinen raufgefahren, ne? Ja. Rein zufällig. Zumindest wird jetzt keine Klippe drunter gefallen, ne? Das stimmt. Da. Ja. Wenn's euch gefallen hat, beim nächsten Mal gerne wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020